Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Untertitelung. BR 2018 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 Ich habe das bei mir machen wollen. Und jetzt war da so schön Platz, auch wegen dem Pferd. Das war das Glück, dass da das Übungsgelände raus war. Das hätte ich bei mir nicht machen können. Das macht nicht jeder. Und noch einspännen. Und die blöde Deichsel da mit dem Ortschein, das hätte nicht ganz gestimmt. Und das Geräusche, das hat mir nicht bewusst gemacht. Ja, das sowieso. Ist die Keck hier, ist die Keck hier. Also wenn ihr jetzt Zell noch, war nach Dich jetzt noch Kind? Ich habe mal eine Schaunummer gemacht, ich habe mal eine Schaunummer gemacht, am Achenerei-Turnier. Heuernte früher. Meine zwei an der Mähmaschine und einer mit dem Bänder und dann noch Heuwagen geladen. Und wo ich im Hof angespannt gehabt habe, die waren noch nie an der Mähmaschine. Und die Eisenräder, das gibt ja Geräusch auf dem Kis. Die sind auf der hintere, die ist zum Hoffen, ist der Sitz. Der ist über der Bote nichts geschliebt. Das ist gerade hier geflogen. Ich habe gemeint, dass der ist bei uns am Lachen. Aber ich habe sie nicht gehen gelöst. Und als ich auf die Strasse gekommen bin, war es ruhiger. Da haben sie gemerkt, was passiert. Das habe ich gelicht, als ich das Übungsgelände gesehen habe. Ja, da ist Platz. So viel muss man umdisponieren, gell? Das ist Platz da. Dann gibt es noch den Ableger. Das war's schon mit dem Mügelmaschine. Der Flügelableger. Ja, das kenne ich auch noch. Die Gaben. Fünf Stück. Ja, keine Gaben. Der hat nur der Ding, wo ich den Haufen hatte hingelegt. Nicht mein Groß von der 19... 19... 1913 schon der erste gekauft. Das war Masai Harris. Die kamen damals noch von Amerika. Sehr schön. Und eine Mähmaschine, Masai Harris. Wie heißt euer Hof? Ihr heilt nur Maiwald? Ja, Maiwald. Elf. Hey, es hat mich wirklich gefreut, dass noch so Leute kommen, gell? Gibt's ja nun... Du, wie der Gerhard gefolgt, will die sonst nicht immer nachdenken, um ihn zuerst zuerst. Aber das ist der Gerhard, das ist ja der Auge, gell? Ja, das ist nicht gut. Aber das ist jetzt, wo wir da rumknutelt haben, egal mit dem Sensor oder mit... Wie sauber das ist mit dem Bindemeer. Das war eine Revolution. Mit dem Bindemeer war eine Revolution. Das hätt erstens einmal Arbeitsersparnis... Und sauber. Und bunten. Die Knoten sitzen. Die Knoten heben. Hast du geguckt? Stimmt. Zuerst hab ich gemeint, ich hab ein Buch. Ich hab meint, da ist verkehrt. Die Fäden müssen unterschiedlich lang sein. Der Abschnitt. Der eine muss gehört zu sieben, der andere. Der Bühler Franz hätt auch einer gebraucht. So, keiner aufgegangen. Ja. Und dann ist er gekommen, und er hat sich verkehrt. Der Bind. Nicht. Ich hab ja Teile mal. Wir fahren mal an der Erdenmaschins. Mit dem. Jedes gehört auf. Da war's verrückt, gell? Und hab ich geguckt. Der Knüpfer war total verrascht. Nein, 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 nicht. Da ist der Knoten. Nicht hergerutscht von dem Knüpfer. Verstehst? Hilft nichts. Ein bisschen Sandpapier. Ein bisschen El. Erstmal zuvor. Ein El. Das gibt's nicht, dass ein Fahrer nicht bindet. Ein Fahrer bindet. Er weiss ja, was Fahrer heisst. Nee, das weiss ich nicht. Für alle Hefe Reichtum. Ja. Das ist Thomas eine Parole. Und dann hab ich das Ding blank gemacht. Und jetzt fahr. Er hat zu viel meiner Kleinigkeit. Er ist schon ein paar Jahre gestanden gesehen. Ich würde mich genau aufhören. Er hat bloße tausend gestanden. Er ist oxidiert halt. Also, wir sprachen. Ja, ich hab ja... Also, da schreibt man gerade ums Zeige in der Zeitung. Ja, wir sind ja schon oft in der Zeitung g'sinn. Ja, ich weiss es. Und aber... Er will's immer lesen. Er will's immer lesen. Er hat gesagt, nicht geschulden ist gelobt. Er hat nur... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da wird noch mal lieber fehlen. Ladeumssicherung ist früher nicht geändert, weil es halt hebeln ist. Das kann ich nicht an, das können wir noch mal runter machen. Aber kann ich mir nicht mehr auf die Dinge heben? Ich werde es jetzt probieren. Guckst du gerade rein? Nein, das mache ich nicht. Die sind nicht nur raus, du machst du da raus. Mit dem Motto spülen wir das. Man nimmt ja unten. Guckst du hier unten? Das ist eine Hölle. Guckst du hier? Hier dahinter und da. Gut. Ja. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus 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 So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann drehst du mal wieder. Hast du Albert wieder her mit dich? Ewig da. Ausmachen, ja, ja. Die Originalzeit ist weg, verstehe. Ja, das zeigt mir, ja. Ja, ja. Kannst du noch wieder mal hier abwechseln? Ja, ja, bitte. Ist das da lieber? Nein, also, die wird schon praktisch gut. Ja, hier oben. Ja. Das ist ganz rochlich. Extra Tappenschleife. Nein, nein. Bier und da neben geht Bier. Ja, ja. Jetzt hat der Gerhard Kohl. Ja, ja. Guck mal, das steht da hinten ein bisschen, da hinten oben. So, Kühl. Jetzt laufen wir. Die ist für mich. Ja, ja. Das ist für mich. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir noch mal eingreifen, halt. Ja, ja, ja. Das ist wurscht, ich habe eine andere zu Hause, aber ich habe das hier draufgegeben wollen.